So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder zurück bei Entschrouded. Weiter geht's mit dem Coop Run mit Slice, Whack und Geboom. Hallo. Hallo. Immer noch live, let's play. Und, ähm... Twitch gestreamt, auf YouTube-Nacht-Reich hochgeladen. Es ist locker flockig, ne? Also ich stream's einfach, ich teile das in kleinen Folgen ein. Die machen einfach, wir machen die einfach. Let's go. Und ihr sagt mir auf YouTube, wie ihr das findet. Gerne ab in die Kommentare. Also. Die Schmiede. Hatte ich noch angeteasert in der letzten Folge. Was haben wir gebastelt hier? Alter, haben wir viel Kohle. Das, ich hab, das war vielleicht ein bisschen viel... Ich lass das Ding einfach weiterlaufen. Vielleicht brauchen wir ja noch viel Kohle. Ah, so. Dann haben wir Mr. Schmied. Für die Schmiede brauchen wir jetzt noch Stein. Ich mach 30 Stein. Ich baue mal, ne? Ihr seid ja eh noch auf Erkundungstour. Ja, wir sind auf Erkundungstour. Was war das jetzt? Wir sind überhaupt nicht gestorben. Ach so. Musste ich sie verraten. In der Pause einfach schnell abgekratzt. Ja, wir sind überhaupt nicht, wie soll ich das sagen, in einem Hinterhalt gelockt worden von Slice, der plötzlich einfach... Das ist der Gegner, der gefällt, was ich hatte. Ja, klassisch. Ich erwarte das von Slyce auch nicht anders. Der alte Brückenspringer. Slyce? Hi. Hi. Also, was sind denn die Fücher? Gegen was kämpft ihr dann eigentlich da hinten? Die sind mit Fücher hier oben. Mir ist mit Fücher. Achso, die waren hier oben irgendwo. Die waren da oben, ja. Where you are, there you are. Ach, beim Turm. Ja, ich hab sie gefunden. Okay, das ist nicht gut. Slyce? Oh mein Gott. Ich hab sie gefunden. Tot. Ich hab das Gefühl, ihr seid wieder tot. Ich hätte natürlich nicht halten wollen. Nein, nein. Wir können ihn wiederbeleben. Ich würd die nicht fighten. Lass die Schmiede zuerst mal bauen, anständige Ausrüstung basteln. Und dann gib ihm. Dafür können wir ja die Schmiede machen, oder? Triffst du mich an? Du bist schon mutig weg. Ah! Du kleiner. Weisst du wie schnell wir sind? Ja, weisst nicht. Ach, es sind so viele, Alter. What the fuck? Wie war das vorhin? Jetzt ist ja dein Problem. They are not smart, they die hard. Ja. So ist es. Was ist wirklich? Ich hab auch echt extreme Ausdauerprobleme. Bitte hört auf mich zu verfolgen. Genau. Töte den. Töte den Wolf. Weisst du, dass Quests selber gebunden sind? Ja. Ich weiß nicht, ob die am Quests machen sind. Nein, nein. Wir töten nur. Töten aber auch Randys. Vielleicht töten sie aus Versehen die Randys. Die, die, die richtigen Sachen. Kann der mal abhauen? Blocken funktioniert auch nicht immer. So, wenn du so weit bist, Tobi, ne? Ich glaube nicht, dass Tobi das überlebt. Ich hör das raus. Wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr festgestellt habt, dass ihr da absolute Scheiße baut und einfach abkratzt, ne? Dann kommen die zurück und dann basteln wir bei der Schmiede die Sachen, damit wir besser gepanzert die töten können. Ich würde dir gerne helfen, Tobi, aber. Ist ne ehrliche Geräuschkulisse. Wie gesagt. Geh auf Slice, genau. Lass dir Zeit. So, weisst du. Bloß keine Heile. Ich hab Zeit. Ich warte hier. Komm, dann schaffen wir es. Gleich haben wir einen Slice. Zu zweit. Zu zweit. Mach zwei. Hab ihn. Nice. Let's go. Ich porte mich zurück. Tschüss. Hey. Hey. Alles klar. Hallo Jungs. Was willst du? Was willst du? Bist du noch tot? Ja. Oh, was ist das? Ich mach da nicht mehr mit. Fuck this shit, I'm out. Ich dachte, wir wären Freunde. Okay. Hey, komm da schon. Ach, dich ist ja auch Verlass. Du bist ja kein Anti-Mate. Also ich weiß noch nicht, wie ich das anstellen soll, aber ich komm auch. Okay, so. Dann können wir Metallplatten machen. Weg. Aber ich stehe dazu, dass ich ein Anti-Mate bin. Ah, easy. Ich hab dich einfach auf Stich gelassen. Ich will es dir nicht noch einmal sagen, kümmere dich um den Elixierbrunnen. Das ist ja gerne, aber nicht jetzt. Let's go. Nice. Okay. Mit Metallplatten und Garn könnte ich einen Schild machen. Einen fetten Schild. Besseren Knüppel, Knüppel. Ah, ne. Einen Kämpferhelm. Dafür bräuchten wir Harz. Das können wir in den Base porten. Mhm. Garn haben wir acht Stück da. Okay. Aber Harz bräuchten wir noch. Kann von hier aus nicht porten. Kann das sein? Ja. Ja. Muss raus brauchen. Wie viel Harz brauchst du? Drei. Für einen Hell. Nein. Neue Stück wär da. Wo hast du das Harz? In der Linken. In der Linken. Kann ich dir nochmal was dazu legen? Ja. Du kannst es einfach reinlegen. Also das hier ist nur. Also hier schmilzt du nicht das Ding ein. Sondern hier an der Schmiede. Ah, da ist es. Lege sie einfach rein. Dann macht alle fünf Minuten eine Platte. Haben wir nochmal. Ich hab nochmal 13 reingelegt. Super. So. Ich muss, ich muss es tun. Ich muss es jetzt einfach tun. Nehmen die immer schnell. Obwohl ich hab genug. Schmilk. So. Miasma Seele. Aha. Wir haben gar. Ich hab gar keine Seele. Sondern das ist nur. Sporen. Und die Sporen müssen wir wahrscheinlich irgendwie zusammen klöppeln. Zu einer Seele. Oder so. Oder wir müssen was grosses töten. Um die Seele zu kriegen. Also. Weiß nicht. Ob du mit 10 was anf... 13. Kann man irgendwas craften. Vielleicht schon. Hm. Sieht nicht danach aus. Guck mal. Hier werden 250 Holz Scheitel. Ha. Oh, really, Wolf? Ich kann mir das jetzt nicht nehmen lassen. Das müsste ich jetzt nicht einfach schnell. Was würdest du machen? Dinge. Wichtige Dinge. Ja, wahrscheinlich. Guck mal. Oh mein Gott! Okay, das waren's zu machen. Nicht so, wie ich wollt. éral. Oh, what the fuck mach ich denn? Egal, easy. Oh, das wird nice. Ich kann euch später heilen. Sehr geil. Wir sind ein bisschen auf Heiler und... Was bist du denn da oben? Okay, wie komm ich zu dir hoch? Oh, ich verstehe. Warum kann ich die Sachen, die du gebaut hast, nicht... Warum kann ich die Mauer nicht abreißen? Die hat ja einzeln platziert. Wie einzeln platziert? Nee, ich kann deine Sachen nicht abreißen. Finde ich. Warte. Keine Augenblick da waren. Alter, was hast du da... Was hast du da gemacht? Oh, ist das geil. Okay, was? Ich hab gesagt, ich hab ne Mauer gebaut. Er hat nicht gesagt, wie er sie gebaut hat. Er hat wirklich gesagt, dass er sie gebaut hat. Er hat ne ganz komische Mauer gebaut, ne? Ich verstehe. Hallo, aus einzelnen Steinen, da ist fleißen Arbeit hinter. Kennst du nicht, ne? Hä? Nein, ich arbeite... Ich arbeite klug mit großen Blöcken, das kenn ich wirklich nicht. Ähm... Nein, ich hab mich auch so gesehen geheilt. Ja. Fertig. Danke. Obwohl nein, irgendwo müssten eigentlich noch zwei sein, aber egal. Ich glaub, die nimmt man eigentlich zum Reparieren. Oh. Vermutlich. Würde mehr Sinn machen, oder? Hahaha. Nein. Okay, dann... Dann... Dann nicht. Entschuldigung. Das ist so ein Vogel. Eventuell hab ich hier zwei Löcher reingeschlagen, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Aber gar kein Problem für mich. Ich hab repariert. Guck! Ich hab repariert! Ja, ja. Ich guck gleich. Moment. Warum hast du's mit Stein repariert, wenn's Holz sein sollte? Ähm... Wie viel Optik. Das ist... Das ist... Das ist... Furchtfach. Furchtfach. Alter. Warte mal. Paramorphose, danke man für die 500 Bits, voll nett. Dankeschön, Dankeschön. Das Spiel scheint euch zu gefallen, ne? Boah, cool. Und heilen alle. So, ich baue hier jetzt noch fertig. Ah. Ja, Slice. Ich hab die ausgesehen abgebaut. Dafür... Deswegen hab ich zwei... Im Inventar gehabt. Boah, jetzt ist es wieder heil. Nice. Oh, schönes Tor. Hab ich hier einzelne? Und das macht nicht so viel Sinn, Nils. Müssen wir sie schnell anders machen. Das machen wir mal so. So. Dann mach ich die kleinen Platten. Ich bin noch nicht so schnell beim Umstellen hier. Das ist noch ein bisschen verwirrend. Aber ich find das... Ich find das System, wie sie es hier haben, eigentlich ziemlich gut. Ich find die Fenster nur ein bisschen klein, wenn ich ehrlich sagen muss. Also wir brauchen auf jeden Fall einen hohen Turm, von dem man springen kann. Oh nein. Das erinnert mich an eine... Doch. Das erinnert mich an eine... Das erinnert mich an eine... Das erinnert mich an eine... Das erinnert mich an eine Kirche, ne? Die auf dem Turm gebaut ist, die jedenfalls einen Turm hat. By the forest, ja. By the forest, ja. Oh yeah. Ich find die Fenster ein bisschen komisch, muss ich gestehen. Geht's nur mir so? Ein bisschen... Klein. Oder? Tief. Die wirken ein bisschen komisch, ja. Kannst du die Wand nicht einfach umdrehen? Nein. Das macht keinen Unterschied. Ich baue... Ich baue selber eigene Fenster. Okay. Wo habe ich denn eine kleine Mauer? Die ist zu groß. Wir hatten irgendwann noch noch kleineres. Das sind komische Blöcke. Findest du die besser? Hm? Sind die ja auch ein bisschen tief, oder? Ja. Ich kann sie auch einfach noch aufstellen. Aber die... Ich lege gerade. Oh, du kannst die... Hast du die von Zuges jetzt gehabt? Vermutlich, ja. Wahrscheinlich ganz zu tief, ne? Hm. Nein. Ah ja. Okay, eher da, dann sind sie gut. Das... Wenn sie es so setzen, würde es schon... eher passen, ja. Ich habe einen Schrank der Schraube gefunden. Hast du das gefunden? Rein der Flache. Kein Holz dabei. Hm, warte. Ähm... Ich hab alles aufgeliegt. Oh, shit. Oh, shit. Das kann ich nicht. Ups. Ich war das auch nicht. Aber ne, die Fenster passen schon besser, ja. Ja, kommt hin. What the fuck? Ja. Hi. Hi. Warte, hast du einen Schnauzer? Ja. Die Tür ist, glaube ich, ein bisschen zu tief geworden. Wie viele Steinbirge habt ihr gebaut? Viele habe ich ge... Ich hab ein bisschen steig gefahren, meine Zeit. Ich hab ein bisschen Holz gefahren. Was haben wir da? Okay, dann ähm... Ich mach mal einen... Salz, den ich aus Versehen mitgenommen habe aus der Höhle mit. Gewinn dir auch bitte an, die schön zu stacken. Ja. Ja. Ich hab' noch gar nicht dran gemacht. Ähm... Mit Shift-Links kannst du auch schnell rüberpacken, ne? Ja. Echt? Ja. Ich schmeiße euch mal Leuchtbewuchs rein. Ah. Ich bin zu sehen gefunden auf dem Weg. Und ich habe einen Funken mitgenommen. Einen Funken? Einen Funken. Kannst du den da oben rein, zufällig rein platzieren? Dummer ist bei uns in der Ding. Das ist hier. Alter. Ja. Hier? Genau, hier, ja. Ah. Bei Altar aufwärmen. Alles in Seele. Den Funken braucht man wahrscheinlich für das Unterreden. Nee, das ist eine Miasma-Seele, die kriegen wir sehr wahrscheinlich. Unten rein, ich könnte die Stärke der... Die Stärke der Flamme könnte ich von Eins auf Zwei machen. Ja, du hast alle Ressourcen schon dafür? Äh, ich bräuchte nur... Fünf Harz. Fünf Harz? Das hätten wir da... Das ist unten in der Kiste drin. Okay. Ja, Nels... Nee, Nels. Next will's... Jesus Christ, Gehirn! Next, willst du das machen? Ja. Alright. Also keine Federwürzeln von meinem Harz. Du schickst mir einfach alles rüber, ne? Funken, ja. Da ist noch zwei Harz drin. Keine Funken habe ich sogar selber auch tatsächlich einen legendären. Harz. Äh, Harz, ja. Also. Ich weiß nicht, was du noch alles brauchst. Ich hoffe schon. Ich hoffe schon. Mhm. Also, Stärke der Flamme. Äh, Rote Pilze einen, Knochen fünf, Miasma-Flüssigkeit fünf, Tierfälle zwei. Was brauchst du alles? Roter Pilze einen. Mhm. Moment. Ah, ich sehe gerade das. Damit erhöhen wir die Zeit im Miasma. Miasma-Passierstufe geht um eins hoch. Das heißt, wir können auch höheres Miasma passieren. Also, da gibt's wohl unterschiedliche Stufen. Altar-Aktivierungskapazitäten. Das heißt, wir können mehrere Teleportstellen machen. Und Charakter-Attributs-Pony plus eins. Da weiss ich aber nicht, was das bringt. Fünf Knochen noch. Fünf, ja. Miasma-Flüssigkeit fünf. Miasma-Flüssigkeit fünf. Miasma-Flüssigkeit. 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 Haben wir auf jeden Fall. Uns in der Kiste hab ich reingetan. Zwei Tierfälle. Miasma-Flüssigkeit. Je�� Schuss. Miasma-Flüssigkeit, umst du zuvor wählen? Miasma-Flüssigkeit Liz. Miasma-Flüssigkeit. Holz, Kohle, Blünderer Mutterkopf zum upgraden, Fähigkeitspunkte zurücksetzen könnten wir auch und aufhärten. Wir waren alle beim Dings. Da schaltet da so keiner. Ich mach mal mehr Asmaholz noch rein. Wie kann man es hin und her schieben ohne? Umschalt bei mir. Schrift rechtsklick oder das, glaube ich, ein Stapel, der das, glaube ich, auch automatisch. Bei mir ist linksklick. Den ganzen Stapel macht er rüber. Also ich hab jetzt acht von denen. Lass mich mal schnell diesen Helm machen. Haben wir noch mehr Tierfell? Tierfell bräuchten wir nämlich. Also ich kann jetzt, ich hab jetzt diesen schönen, diesen schönen Helm hier. Tierfell hab ich noch. Okay, ich leg dir hier die Metallplatten rein. Ich nehm mal den einen Bogen für mich raus, ne? Äh... Oder was auch immer. Oder was auch immer. Also ich... Brauch den eigentlich nicht. Wenn du vor mir stehst, könnt ihr lieber... Du dir... Den Kampfhelm. Also ich kann euch meinen Fellhelm geben. Ne, den brauch ich jetzt nicht mehr. Ich geb dir den mal... Slice... Ähm... Entschuldigung. Ich hab's gesehen. Dann... Ich hab' ich noch keinen. Dann... Ich schick dir den gleich rüber. Okay. Kann dir auch einen schicken. Kannst du. Ähm... Das könnte ich machen. Das erstmal. Und dann das. Garntierfell haben. Gejagen und Bäume. Mh... 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 brauche ich für den Magiestab, Alter. Irgendwann bin ich hier um eins verrutscht. Das weiß ich auch nicht. Aber was bringt ausgeruht genau? Das weiß ich nicht. Du kriegst was. Mehr Ausdauer, schreibt mein Chat. Also die Masmasse Seele bekommt man von Bossen. Wenn man schon Bossen erhält. Okay. Wenn ihr euch hier oben hinsetzt, geht das relativ schnell, dass ihr 10 Minuten voll habt. Dann habt ihr für 10 Minuten ausgeruht, Bonus. Wie hast du dich hingesetzt? X. X. Wie ne neue Quest. Ich muss hier aber auch überall hinsetzen. Ja, aber... Wir gucken zu, wie nix baut. Das ist normal. Das mache ich seit 10 oder 15 Minuten. Zwischendurch habe ich mal den schlauen Vorschlag gebraucht. Wir brauchen eine Rampe. Okay, das mache ich seit 10 Minuten. Das ist geil. Dann machst du das. Ah. Ja. Kannst du auch so einen Leuchtblock machen. Ja. Ich habe gerade ja quasi das Leuchtbewuchs dafür geschlossen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das wegkriege hier. Ach so. Hast du weg? Bitte? Sonst hätte ich es jetzt weggekloppt. Ach so. Ja. Bist du hier auch eins in der Steine, Nils? Ja, weil ich die, ähm, weil die zwei ja hier gar nicht so richtig gehen. Ich, Alter, ein Hänge. Die sind mir zu hoch. Siehst du das? Ach, so funktioniert. Deswegen dachte ich... Du bist hier so eine schönen Aussichts... Mhm. Okay, das erklärt jetzt einiges, warum ich ein absoluter Trottel bin, wenn ich nach rechts guckt habe, um die ganzen Sachen richtig zu entdecken. Du hast ja... Ja, wenn du jetzt beispielsweise bei Holzfälle extra bist, ja? Beziehungsweise bei Schilde oder einhändige Waffen. Mhm. Ähm, du hast ja einmal diese Stachelkeule und dann rechts davon hast du der Beschwert. Ja. Und beim Kämpferset ist es halt auch mittig oben rechts, dass du halt quasi die andere Sachen freischaltest. Möchtest du ja, dass du die anderen Sachen herstellen kannst, so? Mhm. Freigeschaltet sind ja. Okay, ähm... Du musst mir das nochmal erklären. Du gehst zum Schmied. Und beim Schmied kannst du dir... Da, wo dir dein Helm hergestellt hast, hast du mittig, quasi untermanuelles Handwerk, oder was auch immer da dran stehen wird, hast du halt den gesamten Rüstungsset, den du bauen kannst. Ups. Oh scheiße, ich hab den Boden weggemacht hier. Äh... Egal, Schilder. Fehlendes Material, ja, scheiße. Bänke, das, Türen, Zäune. Leute, ich verstehe, Stauraum. Machst du den Boden gerade wieder? Das ist eine winzige. Wobei was es ist. Okay. Ja, wir können auch Kerzen machen. Für Ziege... Ja, können wir... Für Ziegeldächer brauchen wir entsprechende Sachen. Leuchtblock! Stein und Leuchtbewuchs! Komm her! Ich... Können nicht alle auf den zugreifen, ne? Auf wen? Wir sind beide bei der Werkbank, Was? Wir sind beide bei der Werkbank. Okay. Was meintest du? Kämpfer-Set? Aha, hier meinst du weiterführen, ja. Das sehe ich auch erst jetzt, ja. Ich bin auch dumm. Tierfell, Harz, Metallplatten. Machst du... Machst du für mich auch gleich, äh... Die Sachen? Ich... Ich mach nur gerade... Wir haben viel zu wenig Metallöffel. Und Tierfell und Harz. Aber wenn ich die ganzen Sachen zusammenhabe, gerne. Ja, schmeiß mal alles Schrott hier rein, damit das fertig wurde, sehen kann. Ich hab gerade nichts mehr dabei. Also, ja. Wir müssen mal wieder ein bisschen was bekommen. Für Schott. Mhm, 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 mhm. So. Wo bin ich jetzt ein Block erstellen? Achst du gut? Bin ich blind? Wo ist denn der Block jetzt? Lass mal vielleicht mal eine Quest wieder machen, dass wir mal Level 3 werden. Finde ich eine gute Idee. Dann würde ich sagen, wir ziehen gleich los. Ich muss nur schnell mal eine Blöcke hier abgeben. Ja. Leuchtblock. Habt ihr denn alles schon gebastelt hier? Äh, nichts. Ich hab's wirklich vorhin gefunden. Ich hab's noch nicht gebastelt. So. Aber da ist eine Werkbank drin. Und ein Flammenalter. Ja, cool. Ja. Eigentlich hab ich das hergestellt. Wo zum Hengas hin? Brauchen wir vielleicht später mal irgendwann. Dann haben wir es schon. Im Inventar. What the fuck is the Inventar? Ah, da. Nevermind. Gut. Oh, mach dich. Seite fast mal. Oh ja, guck mal. Guck dir das an. Okay. Sehr schön. Hihihihihi. Hihihihi. Hihihihi. Äh. Ah, ein Leuchtstein. Voll geil. Sehr schön. War echt schön. Ah. Ups. Ich will ähm... Ich will ähm... Ach, das ist tatsächlich, wenn wir hier dran... Ich setz mich jemals schnell hin. Ausgeruht. Lert sich gerade auf. Ich brauch übrigens unterwegs ein paar Bären. Ich muss jetzt gucken. Handwerk. Ich brauch... Äh, wo bist du? Ähm... Hat die mir noch Bandagen übrig? Ja, brauchst du? Ja. Schmeiß mir mal so drei oder vier rüber würde. Warte mal kurz. Und was hab ich hier eigentlich auf die... Auf die Dings gekriegt? Was ist das hier? Eine provisorische Sense. Provisorische Sense? Ich hab dir mal auch ein paar... Gute Bären gegeben. Damit kannst du dich auch hochheilen. Mia? Mhm. Dealer Bären. Lecker und frische Bären, die durch frische Vitamine die Regenerationsfähigkeit des Körpers für kurze Zeit anregen. Genau. Jetzt kaufen im Nexus Gaming Shop. Nein, Spaß. Ich hab keinen Shop. Ähm... Okay. Ich schmeiß mir den hier rüber. Ey. Ich hab übrigens auch keine Modage, nix, ne? Äh, auch Bären. Irgendwas. Äh, guck mal hoch. Haben wir noch Nägel? Ah, der bleibt aktiv, der Nahrungstyp. Man kann sich mehrere verschiedene Nahrungen reinpfeifen. Und dann kriegt man Regeneration rein, Frau Gein. Kommt mal gegeben, Slas. Ey, du hast ja schon mit der zweite Tasche abgeholt. Wie hoch musst du bauen? Ja, da waren wir sicher eins noch hoch. Noch fünf hoch? Oder zehn? Nein, eins mal hoch. Mal eins hoch. Und hier hinten unten dann vielleicht noch zu machen oder so. Ich meine, es ist eine ganz coole Stelle. Ja. Und je nachdem, je nachdem wie hoch wir ziehen, können wir dann auf die andere Seite hier drüben noch hoch. Und vielleicht können wir da auf den Berg hoch, zu der Burg. Ja? Ja, why not? Ich verteile mal ganz große Fähigkeiten. Müssen groß denken. Sehr groß denken. Kannst du noch große Fähigkeiten verteilen? Äh, ich habe noch zwei Stück. Alle Attribute. Flammenstufe. Mach definitiv kein Schleif. Höhen nachkampfschaden um fünf Punkte pro Attribut. Fähigkeiten habe ich halt schon alles durch. Oh lol, hier geht es Richtung Tank, Kampfmagier, Heiler, Zauberer, Gauner, Assassine, Waldläufer, Bestienmeister, Überleben, Athletik, Baba. Nein, ja, die Auflistung habe ich erst jetzt gesehen. Bestienmeister? Assassine. Das kann sein. Achso, das ist schlecht. Wenn du von einem Angriff betroffen bist, greifen Wildtiere im Umkreis von 50 Meter den Gegner an. Hm. Hm. Wenn die in der Nähe sind. Erlaubt es dir in der Luft ein zweites Mal zu springen. Ich entschuldige, was? Überlebender. Voll witzig, cool. Also ich gehe sicher Richtung Tank, ne, wenn die in der Gruppe spielen. Da habe ich mich ja tatsächlich richtig entschieden hier unten. Kampfmagier, I guess. Und... Oder? Ja, keine Ahnung, Heiler wäre halt schon geil. An Kampfmagier, Heiler, Tank und Waldläufer oder so. Ich habe schon Richtung Heiler ein bisschen geskillt. Ja, da mache ich Richtung Kampfmagier. Oder? Wenn ich denke. Ja, Chat, nicht zu viel Backseat-Gaming. Ich werde schon fragen, wenn ich was wissen will. Ich werde aber auch ein paar andere Sachen. Skillen für mehr Ausdauer. Und für den Doppelsprung. Warum er das ist? Ähm, der ist beim Überleben da. Links oben. Quasi 11 Uhr. Wie weit oben? Ne, ne. So. Direkt das dritte. Wir schauen mal schnell, wo wir hin müssen. Quests. Ah, wir haben mehrere Sachen. Okay, einer ist Upgraden vom Flammenaltar. Waffen schmieden. Äh. Wieder eine Waffe. Ich muss eben, muss ich ganz kurz reingucken, ja? Okay. Gut. Konstitution erhöhen. So, Einhalt Waffen. Metallschrott drei. Nägel zwei. What the fuck? Gauna. Wait. Wenn du mit der Nack. Never mind. Never mind. Also schmeiß mir das hier rück. Ich frage, wie viel man bekommen kann. Kurzstrecken-Teleport? What? Beim Heiler, ja. Bzzzzzz. Oder auch beim Kampfmagier. Ja, ja. Klingt ja beides so. Die haben sich aber echt geile Gedanken drum gemacht, man. Echt jetzt. Richtig gut. Ich setze mich mal hier überhin. Was ist das? Ja, ich äh. Alle spielen beim Umfass von 15 Meter generieren pro Sekunde ein Lebenspunkt. So, Leute. Was? Toll ist. Ja, ähm. Man kann die Sachen eh wieder zurücksetzen am Ende. Aber wir probieren jetzt ein bisschen. Also, ich muss mal kurz gucken. Wir müssen... Also, eigentlich müssten wir eine Waffe schmieden. Aber dafür fehlen uns dieser. Den Altar upgraden. Säubere den Elixierbrunnen. Kann man mir da ja auf der Karte anzeigen? Kann ich das sogar am Wegpunkt setzen? Wunderbar. Okay, ich hab'n Wegpunkt gesetzt. Mhm. Flughörchen Trupp. Go! Okay. Okay. Wollen wir los? Let's go! War das so ne gute Idee mit diesem... Unser Ausdauer das schon zu probieren? Ja, ja. Dö, 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 dö. Das wird eng. Oh, oh. Ich lande hier oben drauf. Hier ist gut. Hier landen, wo ich bin. Nicht dran vorbei. Wo müssen wir denn hin? Geht doch, ist doch easy. Ich fand es war knapp, man. Hä? Erfolgt wieder aus vorne. Let's go. Oh mein Gott. Dadurch, dass du ausgeruht bist, hast du unglaublich hier. Du bist du weg? Oh, Alter. Mein Kopf noch los geht. Was macht ihr da? Was macht ihr da? Oh mein Gott, sorry Tobi. Okay, ich dammle mal schnell rein. Waren ein paar Gegner glaube ich. Also 40 Meter vor uns. Wer ist noch am fighten? Du bist noch am fighten. Warte oben. Nein, was machst du denn? Okay. Ach, man kann sich pre-madden. Standort oben. Wir leisten, wir sind falsch. Grupp. Ange. Ah ne, hier vorne. Nein, nein. Wir sind schon richtig. Hier sind sie. Hinterhalt. Ah, wenn du den in den Rücken schießt, dann ist Hinterhalt, oder? Mhm. Also dann dreh ich den doch einfach. Ja. Nett. Den müssen wir. Also wir müssen hier irgendwo in den Elixierbrunnen oder so. Und wir sollten gucken, dass wir hier weiter links. Das ist explosiv, glaube ich. Leucht. Ähm, wir können hier... Leuchtfeifeln deine maximale Zeit. Hier oben kannst du das Press, was ich setten. Oder das müsste man. Ja. Aha, ja. Das Miya ist mal irgendwie zurückgesetzt. Verstehe. Da müssen wir Zeit haben. Wie erkehre ich zu mir rein, obwohl ich schon da stehe? Was? Hm. Okay. Huh! Das ist eigentlich ganz witzig. Ich meine, sie sind nicht mega herausfordernd bis jetzt. Aber ich finde es ganz witzig aufgebaut vom System her. Ja. Äh. Kannst du den Greifhack rein setzen? Ihr habt Greifhacken schon? Jo. Ja. Vielleicht. Okay. Gut. Ich nicht. Ich hatte auf einmal einen Mittag. Dann mach ich dir ein Sven wie wieder draußen. Ich hab auch noch keinen. Ist ein Buch. Dankes Lass. Wo müssen wir jetzt hin überhaupt? Ein Buch. Ich lese. Ach oben. Mach ich gleich. Du wirst lesen. Ein weiterer Elixierbrunnen wird auf dem Rücken der Arbeiter gebaut, die sich unermüdlich abmühen, einen Tunnel in die Erde zu graben. Die Pläne für dieses Bauwerk sind unheimlich. Der Schlund spuckt bei jedem Stoss Dämpfe aus. Dünne Nebelschwaden verursachen Kopfschmerzen und reizen die Augen. Alles für dieses Elixier. Okay. Ich hoffe, dass es diese verdorbene Luft nicht nach Dieselsam schafft, Balthasar. Okay. Er hat versucht, das irgendwie in den Griff zu kriegen, dieser Balthasar. Okay. Er hat versucht, das irgendwie in den Griff zu kriegen, dieser Balthasar. Der Elixierbrunnen ist eine überwucherte Grube, welche aus der Tiefe verdämmende Rauch in die Luft spuckt. Betritt den Elixierbrunnen, um die Wurzeln des Übels zu finden und auszurotten. Also, ich nehme an, dass wir irgendwann einen Eingang haben. Vielleicht hier. Ja. Hier bei mir müsst ihr runterklettern. Oder runterfallen, wie ein Stein. Nein, nein. Leiten. Und dann retten wir ein Flughännchen. Genau. Wir verschieben uns da. Ja, und da unten sehe ich die Wurzel. Wir warten schnell auf die anderen zwei. Jux. Ja, ich war gar nicht kurz. Ja, ich war gar nicht kurz. Also, ich laufe, ne, fürs Gefühl. Achso. Wird ein bisschen schade, wenn wir jetzt hier alles mit dem Dings machen, irgendwie. Mit Märchen? Mhm. Hier hinten kurz gucken, was wir haben. Eine Kiste, ne? Ja, wir wissen doch gar nicht, ob wir halt mit Märchen irgendwas... Frank, Eisbolzen, Heilungsstrom. Das hier ist Metall. Damit wir in unseren Mentalschrott kommen, ne? Okay. Wir müssen diese Wurzel da vorne kaputt machen. Ja, können wir erst mal gucken, wo wir noch ein Ding zu resetten, wo wir erst mal kommen. Ja, vier Minuten habe ich. Ah, okay. Ich tanke. Ja. Ich bin für den Fett. Hey, mega gut, wie ich das mache mit dem Tanken. Aber hey, wenn ich ihm in den Rücken schlagen kann, auch okay. Das war's. Oh, wow. Okay, der ist dead. Ähm, der hat einen coolen... eine coole Keule. Ich würd sagen, ich nehm die mal. Dann passt die auf die Zähle. Denn der Rest stibit sich einfach, ja. Gut. Okay. Miasma-Wurzel ist die Quelle unseres Leidens. Zerstöre sie mit einer Holzfäller-Axt und lasse diesen Ork neu erstrahlen. Go for it. Ah, ich verstehe. Okay. Ich hätte mich bitte wieder übernehmen. Gut, ich mach schon. Ey, das Miasma ist weg. Darf ich raten, du bist da rein gelaufen? Na, nur vielleicht. Übrigens, rote Miasma ist mir aber. Puck die Katze. Dann haben wir's. So, ich rüste mal schnell meinen neuen Hammer aus. Mhm. Nicht. Und, wie? Lüstern, neuen Hammer. Greifhaken, warte mal schnell. Slice Vector. Jetzt hört euch nicht nix. Ist der zweihändig? Ja. Ja, der ist zweihändig. Hallo, kann ich lauen. Was baut die ab? Miesel. Was brauchen wir das? Keine Ahnung. Wir wissen nicht, wofür wir's brauchen. Bauen sie aber ab, ab, bau, ab, bau. Ich brauche mir einfach ne Höhle. Also dann muss ich das aber schnell ändern, weil dann bleiben, dann machen wir das so. 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 Dann schieben wir das hier runter. So. So. Ja, die erste Miasma Seele haben wir damit. Sehr schön. Hoppala. Was ist das hier? Okay, das heißt wir haben das Miasma hier gekillt, Volker. Ja. Ja. Können wir eigentlich... Ja, hoch und mal gucken wie das aussieht oben, ne? Theoretisch. Ja. Also praktisch. Ja. Ich will aber eigentlich... Das Eisen hier mitnehmen. Wo ist Eisen? Wo ist Eisen? Das war aus Eisen? Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Uh. Ich hab das Gefühl, das funktioniert nicht. Ja. Der Eindruck beschleicht mich langsam auch, ja. Okay. Ja, ja. Dann lasst es. Ey. Und abgebaut ist es. Okay. Gab's Eisen? Nein. Aber es ist weg. Ich kann die Treppe nicht zerstören. Oh. Ja. Okay. Das ist ein Jägerbogen drin, lasse ich mal drin. Ein rostiges Schwert lasse ich auch mal, obwohl. Das rostige Schwert nehme ich mal zu mir. Ja. Du hast einen Jägerbogen, oder? Guck mal rein kurz. Ah? Du hast einen Jägerbogen, oder? Äh. Habe ich den? Habe ich den? Habe ich verbrochen. Guck mal kurz rein. Ja, hab ich. Okay. Da steht jetzt nicht. Wunderschön. Also das Problem ist für den Hirtenstab. Oh. Nice. Brauche ich Munition. Okay. Warte mal schnell. Ähm. Eis... Eisbolzen. Magierstab-Ausrüstung. Okay. Ich schenke dir... Das mal schnell. Was ist das? Heilungsstrom. Ich gebe dir auch mal diese Heilungsströme rüber. Es scheint mir nämlich das zu sein, was du brauchst. Ist das richtig? Ah, ja. Ich kann tatsächlich dann wechseln hier. Mhm. Aber gut. Das eine ist glaube ich Heilung, das andere ist Schaden. Haben wir? Ja. Hab ich mir gar gehört. Nee. Komm mal rein. Kommt sie rein. Wieso kannst du gar nicht... Ah. Ich muss gedrückt halten. Oh, ja. Oh, cool. So Blobys, die rumfliegen. Voll nice. Ja. Und ja, das ist das Fachwort. Blobys ist ähm... Die akkurate Beschreibung. Ich bin da! Der exotische Hinterhalt. Da muss man gucken, dass wir viele Heilungsstrom-Dinger finden. Kann ich schon viel heilen. Ja, falls notwendig natürlich. Ich brauche halt eigentlich mal Rüstung, ne? Ja. Okay, in die nächste Höhle? Okay, let's go. Wie wir eigentlich schon so hin sind. Eigentlich bin ich weiterlaufen. Irgendwohin. Was hab ich hier im Schild, wenn ich's nicht lock? Für was bin ich ein Tank, wenn die Feinde so schnell sterben? Ich hab hier nichts mehr zu heilen übrigens. Ja, bleib doch mal stehen hier! Jetzt hab ich kein mehr. So weg. Elixierbrunnen haben wir abgeschlossen. Okay, ihr seid schon auf dem Weg da weiter. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist Film mit den zwei. Ja, es ist äh... Ja? Die Mission sagt eigentlich, kehre zurück und grade das Ding ab. WIGELU! Ja, aber auf der anderen Seite, wir brauchen auch Eisen, das stimmt schon. Das ist der Grund, warum ihr unterwegs seid, oder? Ja, natürlich. Sind die Heilungssachen schon auferkauft? Ich hab auch gehofft, dass es ein bisschen Dings gibt. Ich hoffe, man kann man die zwei später herstellen. Ja, ziemlich sicher. Irgendwie aus dem Miasma Zeugs oder so wahrscheinlich, und aus dem Mycel dann irgendwie Heilung. Würde ich jetzt mal tippen. Man kann Eisen warmen, man kann wahrscheinlich auch Feuer haben. Mhm, ich denke es ja. Das Problem ist, die Frage ist, wie lange laufen wir noch rein, bis wir umdrehen? Von der Zeit her. Wir haben noch vier Minuten. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ab wann wir teleportieren müssen. Wisst ihr was, da hinten ist eigentlich noch ein Brücken. Ja, dann würde ich fast zurück. Wir haben hier hinten nämlich noch Rotfels. Das haben wir theoretisch gar nicht abgeschlossen. Und da ist noch Brückenbaubericht. Das ist auch nochmal eine Stelle. Also ich renne jetzt zurück tatsächlich, weil ich das Gefühl habe, dass das keine gute Idee ist. Weil ich nicht weiß, wie weit das noch geht. Oh nein. Ja, lass mich ruhe. Schön gefällt. Hey, ich meine. Gute teammate, ja. Jo, ich wollte mich gerade raus teleportieren. Hast du guter teammate? Du scheiß Wölfe haben mich aus dem Nichts angegriffen. Du kannst dich nicht also mir erstmal teleportieren. Ja, deswegen. Bist du tot? Okay. Ähm. Läuft ja. Die Frage ist, gehen wir ihn holen oder nicht? Deine Sachen liegen da noch weg, ne? Jetzt bin ich tot. Bitte mir. Aber ja, meine Sachen kannst du holen, wenn ich theoretisch tot wäre. Ich würde gerne, bevor wir die nächste Folge starten, Psychologen bezüglich Kommunikation aufsuchen, der uns in, also keine Ahnung, vielleicht auch Teambildung schult oder so. Deswegen? Ne. Da bin ich raus. Ich hab's. Ich müsste nach links unten, glaube ich. Warte mal schnell. Also hier ist alte Elixierbrunnen. Das haben wir ja aufgelöst im Grunde, genau. Das heißt, ab hier lädt er wieder auf. Sehr gut. Wir brauchen aber mehr Eisen. Ich mach folgendes, ich teleportier mich zurück. Wir machen den Greifhaken und dann gehen wir über die Brücke, oder? Mhm. Dann machen wir. Wo krieg ich eigentlich jetzt Beeren her zum Reilen? Wo krieg ich eigentlich jetzt Beeren her zum Reilen? Wo krieg ich eigentlich jetzt Beeren her zum Reilen? Wir finden das so in Wischen. Ich nehme an, die können wir sogar anpflanzen irgendwann. Ich muss auch gerne wissen, wo man... Oh. Nice Objekt. Kartografie. Kannst du auch noch einen ganz kleinen Töte schlägt, dass sie upgraden. Komm. Okay, ich schmeiß mal schnell mein Metallzeug hier rein. Damit der produzieren kann. Würde ich euch auch bitten, wenn ihr Metallschrott habt, das hier schnell reinzuschmeißen. Mhm. Dann erweitere ich mal unser Camp. Der Flamme kommunizieren. Der Funke des Wissens in dir wurde entfacht. Mach dich bereit, die Geheimnisse unserer Vergangenheit zu lüften. Findet die zwei Obelisken der Erbauer in der Hochweide, um das Schicksal der Welt zu erfahren. Eine Geschichte von Fäulnis und Feuer. Nur diejenigen, die die Wahrheit suchen, werden sie auch finden. Okay. Wir werten mal auf. Nice. Hat sich die Flamme verändert? Nein. Ja, das war's ja. Wir haben irgendwie so zwei Fähigkeiten. Ich muss ehrlich sagen, ich will das eigentlich ein bisschen ausbauen hier, das sieht ja furchtbar aus. Wer hat da geschrien? Ich. Ich hab gerade den Fähigkeitspunkt ausgegeben. Okay. Du wer hast ... Das nehmen wir raus. Das nehmen wir raus. Die habe ich bei mir. Ja, fr Penglos. Nein, alles gut. muss noch zwei greifhacken gar nur metallschrott da würde gerade verarbeitet sein ja ja metallschrott wurde verarbeitet naja es hat noch drin kann ja nicht alles erstmal verarbeiten dann doch kein oder einer geht schnell ins dorf und schaut schnell was man holen kann noch halten darf wir wissen noch einen zweiten blammer zahlbauen wir können weiter vorne eine kleine zwischenbasis machen oder harz wäre übel geil gerade nicht das gibt das leist schilder einfach wie viel lädst du eigentlich auf bis zu zehn minuten das ist schon lange voll du chillst da einfach und warte es bis weiter geht eigentlich müsste ich player ansuchen gehen na aber du bist ein faulstück du bist ein faulstück ja das kommt jetzt richtig ich verstehe ich gucke anderen menschen gerne beim arbeitsraum ok aber ich finde hier ja keine bären der platin klaut ja immer schon alles ist gut möglich ich muss doch nicht gehen dass man das hier besser braucht oder nicht ich muss doch nicht gehen dass man das hier besser braucht oder nicht kann man nicht aufbrechen raus bitteschön und wie hast du es kaputt gemacht ich kann schon schatz eh halten für abbauen mit dem hammer hast du metallshot gekriegt nein nur holzshot aber ich glaube da gibt es auch gar nichts draus wie kriegen wir mit metall tatsächlich so stumpf es sich hier gerade anhört mentalische sachen ab ich habe gerade ein bett hier abgebaut und noch irgendwas und tatsächlich nur die orangen gelben bäume geben harz ab das ist das weiß was bist du dann na ich weg schon wieder unterwegs versuche nach und haus zu wollen mit halber rauchen ich habe aber hat es gefunden ich brauche ein paar hat es jetzt schott bringt uns nix oder ich glaube nicht wüsste ich nicht oh fuck äh ein bisschen schutz ja wow so wir bauen hier noch ein bisschen rüber das ist alles ne schutt kein metall kommen wir nicht von hier? aber wir kamen von hier äh da fang haben wir doch da wird das komische stück weg hier weghauen was wo? nein alles gut ich lass es einfach da hier vorne hab ich auch klar du kannst wenn du willst mach nur mach nur ja du hältst natürlich so viel aus von der Nähe weg oh jetzt müssen wir hier ne wand ansetzen ey wo gegen was kämpfst du? achso kämpfst du das ding endlich mein gott dann machen sie dann machen sie ne wand da ich kann das nicht kann das nicht mach ich ne wand danach wenn man das hier abbauen kann weg rater gott wapp schon wieder die ratte hey stufenaufstieg wir nicht wer hat n ginger getöttert? dann hab ich stufenaufstieg bekommen stufenaufstieg stufenaufstieg ich weiß nicht warum bist du vier ne? warte ok zur teamkommunikation nochmal kurz buchen hier ich schreibs auf nein ich hab mich angesperrt oh da hab ich ja ok schmeckt das natürlich übrigens ja die ging nicht auf ja die ging nicht auf also ich krieg hier übrigens gerade stein ne? das abwand von dem Dings oder was? ja 13 Jahre später wir haben endlich diese metalltür zerstört das ist aber eher mein trailer ist doch voll kaputt oh true also weg ist doch auf der suche nach stein gewesen oder nicht? nach stahl nimm auch nächstes einmal die ax weg gehen ein bisschen schneller beim damage machen die ax meinst du? ja so her kann ich viel ja ich sehe die sind ein damage ja aber du machst halt kannst schiller damage ich glaube du brauchst hinter halber ja aber ich brauche auf 15 rechtzeitig echt? oh ja also wie viel hält die tür aus? ja ich kann mit der tür gehe nicht kaputt die bewirschung habe ich auch irgendwie zurück theoretisch man kann hier ja du lootest sie aber schon und nimmst das rolle fleisch mit die ärger genauer würde ich sie erst mal kennen wenn sie hat schon mal schnauze ja schon genug genommen das auch hier zack zack also man kann unglaublich schön bauen in dem spiel aha mal weg ja hier kannst du dich hochziehen ja hier kannst du dich hochziehen nicht genug raus und hier oben wahrscheinlich die türde wo schon gerüttet ist nein 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 ich verleuchte boah jetzt ist sie gut jetzt kannst du hier so okay kurz max zus ja lol was so ein ultimate weg die ob sie gegner vielleicht ist auch metall also mein gedanken ist zu beleid aber es ist doch leuchte mich auf die steine zu raun bitte nicht okay cool kann man einfach nicht widerstehen was war da drin schon das ist ein kolben für nichts wasser hätten es noch eine truhe heilungstränke knochen alte bücher du hast du da du weißt schon dass alles was abgeschlossen wird schließt du nur als du schließt das für dich für den ganzen server ab möglich ich weiß es nicht doch hatte ich auch gesagt wirklich hinter der fliegt was her flog ich hab drei nester ich würde auch gerne zusammen erkunden und so ne das ist das was ich eigentlich damit sagen will ich hab ein bisschen mit dem trussen aber eigentlich bin ich tatsächlich fast gar nicht weiter weil die ganze neue hirn da wo wir quasi geschaut ist naja da geht es links noch komplett weiter auf der mir ja ja aber da wollen wir nicht keine ahnung war das dankeschön für den raid naja kann man den gewöhnlichen metal für die greifhaken ich hab ein stück ich hoffe ich hab leider keinen metal schrutt komm doch her das ist unvermeidbar erstmal ich geh mal zurück zu weißt habe ich naja wie folgt ja und wenn ich die möglichkeit hier irgendwie licht zu machen ja doch ich hab die lichtblöcke in den drunten ja aber ich find das blau eigentlich gar nicht so schön so ein warmes feuer wär eigentlich ganz nice du kannst wahrscheinlich ich hab irgendwo ein lagerfeuer reingetan das kann ich aufstellen so du kannst auch sachen craften theoretisch das haben wir hier ja lagerfeuer dann irgendwo gab es noch kerzen und so weiter und so fort so ich würd sagen wir düsen in der nächsten folge los oder oder habt ihr genug metall schrutt mitgenommen gucke gerade ich muss mir eigentlich mal ne panzerung bauen hier ne was passiert wenn ich das lagerfeuer hier brauchte ich probiere es aus ein kleineserarzt mit metallplatten und garen haben wir genug tierfell noch mal ein glühelwämmchen ja ich hatte hier die hoffnung dass die dass die miasmafischer die hier bei uns in der nähe spawnen dass die halt noch ein bisschen was zu tun so wirklich der fall alter hier ist ja auch noch platten drin schutt mir macht das gar nicht so sinn ja ich kann zwei bauen ähm ich brauche gar ja gerne brauche ich auch also die greifhaken ne ja ich mach die greifhaken für mich und slice ja nein für dich für dich und nochmal für dich cool aber slice braucht auch hier jetzt wo bist du du sagtest du hättest gerne hier sind fackeln ne also man kann tatsächlich richtige fackeln machen perfekt wo bin ich ja hier hier hast du geschenkt hab ich geröstete weiß kaufen nice wir machen in der nächsten folge weiter äh youtube warte ich guck ich guck mal greifhaken let's go in der nächsten folge testen wir den greifhaken like like kommentarer lassen next folge so ist das bis dann so ist das wie das 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 ist ist das ist das